Jetzt mal unter uns. Wir Katzen können in unserem Zuhause manchmal ganz schön aufregende Dinge erleben. Vor kurzem erst habe ich einen neuen Mitbewohner bekommen. Der Kleine macht mir ganz schön zu schärfen. Vor lauter Stress habe ich angefangen, Dinge zu tun, die mein Frauchen nicht so witzig findet. Ich habe die Couch zerkratzt, die Gardinen zerrissen, die ganze Nacht miaut, statt der Katzentoilette den Teppich benutzt und mich sogar mit dem Hund angelegt. Doch jetzt hat sich das alles verändert. Denn Frauchen hat Felisept für mich entdeckt. Der Felisept Aromadiffusor verteilt einen angenehmen Duftstoff auf Basis von natürlicher Katzenminze. Er hilft mir dabei, mich wieder zu entspannen und richtig wohl zu fühlen. Auch andere stressige Situationen wie Gewitter, Feuerwerk oder der regelmäßige Tierarztbesuch machen mir jetzt nichts mehr aus. Das freut auch mein Frauchen, denn ich lasse nun auch wieder unsere Möbel und die Einrichtung in Ruhe. Und sogar mit dem neuen Mitbewohner klappt es langsam aber sicher immer besser. Felisept. Wohlbefinden und Entspannung für Ihre Katze.